Unser Partner, das Netzwerk Bildungsberatung Salzburg, stellt heute ein Angebot der Arbeiterkammer für Arbeitssuchende und Schulabgänger vor. Denn Jugendliche sind früh in ihrem Leben mit Entscheidungen konfrontiert, die ihre Zukunft grundlegend prägen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen eine Interessensvertretung. Denn der Einzelne hätte in der Arbeitswelt gegen die übermächtigen Unternehmen keinen guten Stand. Es ist so, dass gerade der Druck in der Wirtschaft immer stärker wird. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosenrate und deshalb ist es wichtig, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vernetzen. Denn gemeinsam sind sie stärker, wenn Einzelne ihre Interessen wahrnehmen. Und wir versuchen, diese Interessen zu bündeln und dann beim Gesetzgeber zu vertreten. Dabei hat die Arbeiterkammer drei Standbeine. Die Beratung, konkrete Forderungen an die Gesetzgebung und vor allem den Bildungsbereich. Im Arbeitsklimaindex wollen wir wissen, wie zufrieden sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Arbeits- und Lebenssituation. Und hier sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Beschäftigten und der Arbeitszufriedenheit. Kurz formuliert könnte man auch sagen, Bildung macht glücklich. Folgt man diesem Arbeitsklimaindex, ist es wichtig, bereits in jungen Jahren an den Schnittstellen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wegen der Fülle an Bildungsangeboten versteht es sich von selbst, dass junge Menschen dabei auf Unterstützung und Beratung angewiesen sind. Denn nicht jeder weiß mit 15 bereits, was er einmal werden möchte. Das heißt, dass ich meinen richtigen Beruf gefunden habe, ist ganz wichtig für meine Arbeitszufriedenheit, aber vor allem auch für die Lebenszufriedenheit. Und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, allen einerseits einen gerechten Zugang zur Bildung zu bieten, aber andererseits auch ganz stark unterstützend zu sein bei der Bildungswegentscheidung. Die AK-Kompetenzberatung unterstützt dabei konkret an diesen Schnittstellen. Sei es das Schulende oder wenn jemand seinen Beruf oder seine Ausbildung wechseln möchte. Für diesen Zweck wurde für Schulen eine Berufsorientierungsmappe zusammengestellt, die Lehrer mit den Schülern durcharbeiten. Diese Bildungswegsentscheidung doch ganz häufig auch davon abhängig ist, wie viel Information habe ich. Und dass es hier ganz wichtig ist, auch eine Unterstützung zu geben. Gerade in dieser Altersphase ist es auch wichtig zu schauen, wo liegen meine Stärken. Was könnte mich dann doch für einen langen Abschnitt in meinem Leben interessieren. Und da ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, eine sehr umfassende Berufsorientierung in der siebten, achten Schulstufe zu geben. Und weil wir da einfach auch tatkräftig unterstützen möchten, haben wir jetzt diese Mappen herausgebracht. Aber nicht nur bei der Entscheidung, sondern auch auf dem weiteren Weg ist die Arbeiterkammer immer eine Anlaufstelle bei Problemen oder Fragen. Das gilt sowohl für Lehrlinge als auch bei Ferialjobs oder Praktika. Im Rahmen unserer Dienstleistung beraten wir Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bezug auf ihre Rechte im Arbeitsverhältnis. Wichtig ist dabei, bei offenen Fragen vorab zu kommen. Genau, das ist sehr wichtig, dass man sich da im Vorfeld am besten schon informiert. Also vor dem Berufseinstieg, welche Rechte habe ich im Arbeitsverhältnis. Uns ist es daher besonders wichtig, dass wir da auch präventiv schon sozusagen wirksam werden. Wir bieten sehr viele Schulvorträge an, wo wir auch Rechte und Pflichten im Lehrverhältnis zum Beispiel vortragen. Besonders am Herzen liegt der Arbeiterkammer auch die Unterstützung von jungen Frauen, wenn es darum geht, sich etwas zuzutrauen und nicht nur die klassischen Frauenberufe zu wählen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir hier Mädchen aufklären und schulen, weil die Berufswahl von Mädchen nach wie vor noch sehr stark eingeschränkt ist und sich auf einige wenige Berufe konzentriert. Es gibt viele Anlaufstellen für Jugendliche, die Fragen oder Probleme haben. Entscheidend ist nicht, zu welcher man geht, sondern dass man sich helfen lässt. Für weitere Infos können Sie natürlich jederzeit gerne persönlich bei uns vorbeikommen. Viele Infos finden Sie aber auch bei uns auf der Homepage unter www.ark-salzburg.at und das Jugendreferat der Arbeiterkammer ist auch auf Facebook vertreten.